hallo zusammen heute wieder neues aus der werkstatt ja kleiner tipp am rande wir haben jetzt folge woche das erste mal einen zitröm berlingo 13 1,2 liter mit 110 ps gehabt schlüsselnummer 81889 aau der hat den zahnriemen im öl muss alle sechs jahre getauscht werden oder alle 100.000 kilometer der wagen war folge woche hier bei uns und hatte 105.187 kilometer drauf das ist der zahnreger und schaut euch das mal an wie er aussieht wie krös das ganze ding ist so lange wäre das nicht mehr gelaufen der stand kurz kurz vorm exitus kurz vorm exitus ich lass mal hier die zähne also wenn irgendeiner so ein auto fährt hat wie ja vielleicht haben sie auch ein falsches öl reingeschüttet ich kann es kann es nicht sagen ich weiß es nicht das geht ja bei den autos ganz schnell wenn der falsches öl drin ist die haben doch sogar bei den autos umgeölt die hatten erst ich glaube 5 30 öl und sind dann zum nuller öl umgegeben übergegangen kann sein aber schaut euch das mal an wie extrem das ist also dass der ist also ein paar meter weiter ja ein paar meter weiter werde gerissen also um mal kurz zur darstellung wir hatten autos fingen an und hatten anfangs zur steuerung der lockenwelle kette das war schon eine prima sache stabile ketten dicke ketten da ist nie eine kette kaputt gegangen bei den alten fahrzeugen dann hat man gedacht okay das ganze muss leiser werden denn die kette ist auch recht recht laut dann hat man zahnriemen eingebaut zahnriemen hat einen bestimmten wechselintervall bei den meisten fahrzeugen um die 130 150 tausende dort waren auch in ordnung escort hat glaube ich da man so ein bisschen weniger aber die hat man auch eine halbe stunde wechsel gehabt ja dann hat man andere ketten verwendet dünne die hat sich an der halskette tragen können natürlich überhaupt nicht aufgefallen die ketten wurden immer länger weil sie produktions fehler hatten und so weiter dann ist man jetzt übergegangen hat jetzt zahnriemen in öl eingelegt ich meine ob die damit länger halten nein tun sie nicht einmal falsche öl verwendet und schon ist der zahnriemen schrott also sardinen halten länger als das das ist echt also für mich ist einfach die tatsache gummi gehört nicht in öl ja gut oder wenn du den service wenn du das richtige öl rein tust und wenn du den service einst funktioniert ja auch ist schon alles verrückt wie es so ist nur als tipp wie gesagt achtet darauf fahrt nicht länger damit nehmt immer das richtige richtige öl für die autos weil wenn der reist motorschrott und was wir euch noch mal ganz kurz nachdenken wollen ist unsere wunderschöne profi werkzeugkiste von uns gestylt schaut mal bei uns im shop wir haben da wirklich nur eine begrenzte menge wer so eine kiste haben möchte ich hab mal bei uns im shop gesagt dass diese kiste liebe das ich finde sogar na ja noch ziemlich stolz darauf dass wir sowas haben und schon lange nicht mehr gemacht neues aus der werkstatt genau und hier haben wir einen audi 86 zylinder audi da der war in der anderen werkstatt und die haben gesagt also glückkerzen haben sie ihm alle raus gemacht außer die vom sechsten zylinder und sie glauben dass sie abreißt ja jetzt sollen wir schauen wir haben die wagen schon heiß gefahren wir haben den wagen hat sich schon mit löse löse mittel eingesetzt genau auslöser ist das ja hier nennt sich das haben wir haben schon spezielles zeug und und schreibt uns bitte nichts in die kommentare ihr müsst das benutzen das benutzen das benutzen ich weiß gar nicht was alles ausprobiert haben absolut alles ausprobiert so und jetzt warum ist das so weich meistens ist es so weit kurz bevor es abreißt dann über drehst es oder die haben schon gedreht und haben es schon weich gedreht und abgerissen für alle ambitionierten hobby schrauber die die müssen mehr machen wollen der launch crp mod 3 tester super knaller jetzt im fabuka shop das hammer ist daran 55 fahrzeug hersteller 15 service version jetzt kommt zwei jahre kostenloser update und eine online-schulung also geht in den fabuka shop schaut euch das an und kauft es dir viel spaß beim arbeiten jetzt wird er fest ok da ist ein momentchen weich und da wird er fest das problem ist wenn der hier abreißt dann haben wir ganz schönes problem weil alles mögliche im weg ist um das vernünftig auszubohren denn in der regel kann man es ausbohren geht schon mal schief aber das sagen wir den kunden auch vorher dass das passieren kann wenn es abreißt und ausgebohrt werden muss auch schief gehen kann die setzt sich unten fest unten im schaft ja da kommt ein ganz kleines stückchen noch mal was rein spülen das ist ja voll da das loch aber guck mal wird ein bisschen mehr zum eben der schoner deckung jungen bitte da ist jetzt einfach viel feingefühl gefragt immer ein bisschen hin und her zu gehen so kann man auch hier wenn das so fest ist wir haben ja so ein vibromax da auch nichts machen können wir mal probieren jetzt gleich ich habe nicht das abzureißen das sind aber auch nur fünf sieben millimeter die da drehen kannst erst mal wieder fest drehen so und jetzt kriegt er noch ein bisschen und hier ist schluss mit dem wiebrücken wird auch nicht glaube ich nicht wir können mal probieren aber ich glaube ja nicht holen wir mal setzt sich wieder fest zum beim festziehen so ein kleines dingelchen hier guck mal der ist oben links in der kiste in der schrank ist der der ist einfach wirklich auch unglaublich viel gefühl haben und geduld ich habe jetzt schon ein stückchen losbekommen also ein stückchen ist es schon ist es schon gekommen wagen ist total heiß gefahren es ist einfach wichtig dass man heiß macht wir haben schon ganz viel eingesetzt aber ich habe schon ich habe schon bewegung rein bekommen also ist schon ein ganzes stück ich kann sich vorstellen was ich für hartklopfen jetzt hier habe ob ich sie abreißen oder nicht fest kriege ich es ein bisschen mehr ja wenn die abreißt haben wir das riesengroße problem dass wir sie ausbohren müssen ja dann haben wir schon ein bisschen mehr spezialwerkzeug für bloß wir müssen natürlich hier oben alles ab abbauen die wird dann ausgebohrt haben wir schon öfters mal gezeigt wie sowas ausgebohrt wird durch hier ist es wirklich ganz speziell weil man hier extrem schlecht dran kommt ganz viel ausbauen muss also wenn wir sie jetzt so rauskriegen ich weiß wie lange wir jetzt hier brauchen kostet dem kunde das vielleicht zwischen wenn das gewinde vielleicht ein bisschen beschädigt ist zwischen 15 und 80 euro wenn sie ganz wenn sie abreißt und wir kriegen sie ausgebohrt sind wir so was ich schätze mal so zwischen 100 und 150 euro wenn wir sie nicht ausgebohrt kriegen sind wir bei drei tausend ungefähr schätze ich ja weil köpfe runter müssen also nur eine grobe schätzung wer weiß was da noch alles kommt mein freund den fall pro max geht nicht mehr ist einfach auch mal kaputt aber das was nur keiner bescheid sagt aber jetzt hätten wir hier irgendwie ist es aber so fest da hat man sowieso jetzt mit dem weibere maxis machen können kriegen wir denn wenn wir millimeter für millimeter drehen ist das gewindeloch noch voll schmiermittel steht da hat man auf die kiste findet Das war's für heute. Ich mache mir Gedanken, wenn es dann schon so leicht geht, weißt du, dann ist der jetzt mal abgerissen, als ich sie wieder zurückdrehen wollte. Zack, war sie weg. Echt? Ja. Junge, 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 ey. Ich habe keinen Bock, die auszubohren. Du? Der ist ja erst eine ganze Zeit lang weich, vermutet man, dass oben das Gewinde kaputt ist. Das ist eine ganze Zeit lang weich. Und dann wird es fest. Und dann wird es wieder fest. Und ich habe schon ein ganzes Stückchen, guck mal. Ich wollte schon ein ganzes Stückchen drehen, ja. Ich komme schon ein ganzes Stückchen weiter. So, jetzt ist es fest. Jetzt die Kurier. Ja. Und da ist der Punkt, wo man jetzt weitergeht, wo sie dann abreißt. Nein, bitte nicht. Robin, willst du eine Kerze ausbohren? Nein, deswegen hat er mir das ja gegeben. Aber du kriegst ja schon relativ weit. Ja, ich bin aber schon, guck mal jemanden mit dem Handschuh aussehen. Soll ich mal drehen? Nein. Ich muss aber anschauen. Der hat Angst, dass ich das abfalle. Du reißt den Rest ab? Wollen wir mal wetten? Ja, wie viel? 10er. Nur einen Kasten. Ich wette nicht. Kasten. Reisdorf oder Gaffel? Ach, dass ich selbst nicht weiß, ob es abfalle ist. Ach komm. Reisdorf. Einen Kasten. Okay. Holger? Gib alles. Ja, jetzt. Trinken wir zusammen, ne? Ja. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Handschuhe. Du stehst hier rum, gib mir mal die Handschuhe. So, also ich habe ja schon ziemlich Bock, ne? So, dass ich sowieso nicht abreiße. Aber jetzt. Kasten. Kasten Reisdorf. Langsam. Langsam. Alles gut. Ich habe mich nicht bei vielen Sachen gefühlt. Aber da habe ich echt gefühlt. Ich habe mich bei vielen Sachen gefühlt. Jetzt wird wieder fest. Ah. Pfff. 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 Es ist einfach eine undankbare Arbeit. Oh, wie die knirscht. Das ist kurz vor dem Abreißen. Jetzt ist die erste Kurier. Das ist total fest. Bis zum nächsten Mal. Ich würd' ja gerne weiter probieren, aber du hast das Gefühl jetzt schon dafür. Du hast den Timbus de Butz gearbeitet. Was hab ich? Den Timbus de Butz. Den Timbus de Butz? Ja. Ja, das Hemd aus der Hose übersetzt für Hochdeutsch. Hochdeutsch von Runaways. So, weiter geht's. Mach sie bitte nicht kaputt. Ja, fest. Schön, nicht einen alten Gast Bier bezahlen. Ach, du zerst der andere Heft, oder? Ja, klar. Wenn wir die abreißen, sagen wir mal, wir haben sie raus, zeigen sie. Dann machen wir die Arbeit heute Abend. Hast du noch eine alte Kerze da? Das ist ja schwer, wenn die erste. Huh, Baby! Du merkst auch beim Reinschrauben, dass du nicht mehr so weit reinkommst, ne? Ja, ja, ja. Mach fest. Mach fest. Mach fest. Und wieder ein Stückchen rein. Und wieder raus. Wir haben auf jeden Fall Bewegung drin. Drei. Vier. Vier. Fünf. Schwer. Sechs. Fest. Okay. Eins. Zwei. Drei. Bei drei wird es schon wieder fest, ne? Ja. Und jetzt. Eins. Zwei. Drei. Vier wird fest. Fünf wird schwer. Fünf ist schwer. Ja. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Also drei haben wir rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Jetzt wird fest. Sechs. Aber ich hab sechs. Jetzt kommt fest. Jetzt kommt fest. Jetzt kommt fest. Okay. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Aber wie? Bob fest. Nochmal Sprühzeug dran. Warte mal. Ich muss halt reingucken. Da hast du eine Lampe. Steht das da unten dran? Ja. Steht da unten dran. Ein bisschen Zeit lassen, das einzuwirken. Ja. 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 Bombenfest. Eins. Zwei. Drei. Vier. Los. Fünf. Wird fest. Geht nicht weiter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wird fest. Geht nicht weiter. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Fest. Eins. Zwei. Zurück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Bitte nicht. Du hast knacken gehört. Ja. Fest. Eins. Zwei. Drei. Zurück. Knack. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Zehn. Fourth sens. Sechzehn. Siebzehn. Autzen. Neunzehn. Zwanzig. Zehn. Zw Zwanzig. Zweiundzwix. Zweiundzwanzig. Drei. Fünfundzwanzig. Zweiundzwanzig. Zweiundzwanzig. Sportlich raus. Gewinn ist kaputt. In dran. Abgerissen ist sie nicht, ne? Weißt du, was ist? Sie sind jetzt aus dem Gewinde raus und die sitzt auch noch drin. Was heißt? Sie sind aus dem Gewinde raus. Das Gewinde guckt schon sehr weit raus. Aber mit was packen wir sie denn jetzt? Gar nicht, kriegst du nicht. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben sie jetzt so weit rausgezogen bekommen, dass wir aus dem Gewinde raus sind. Aber sie sitzt unten so fest drin. Und jetzt haben wir keine Möglichkeit. Sie dreht jetzt und beim Drehen nützt nichts mehr. Also sie ist jetzt los, sitzt aber im Schaft fest. Und wir können sie jetzt nicht so rausziehen. Jetzt lass uns ein. Ich spüre nochmal ein, warte. Ich spüre mal raus. Okay, ich spüre mal eine andere Zone. Jetzt kühlen wir die Kerze ab. Jetzt machen wir die Kerze kalt und gucken, ob wir dann damit ein bisschen mehr Bewegung rein kriegen. Ja, weil wir jetzt die Kerze kalt machen, wenn die Kälte... Ja, das zieht sich zusammen. Ja, das zieht sich zusammen und dann könnte es dann ein bisschen mehr Bewegung rein geben. Ein bisschen Luft da drin. Weil der Motorblock ist ja immer noch heiß. Dann kriegen wir ja nicht abgekühlt damit. Jetzt haben wir das Gewinde vom Motorblock warm, hat sich ausgedehnt. Und das Gewinde von der Kerze oder die Kerze selbst machen wir jetzt kalt, damit sie sich zusammenzieht und ein bisschen schumpft. Damit der hier ein bisschen mehr Platz da drin steckt. Jetzt schauen wir mal Opfer. Leicht. Weißt du was? So, Akku leer. Mal den Akku holen. Die kommt aber raus. Guck mal. Oder bist du das Motor? Du bist das. Nee, die ist gekommen. Ja? Ja. Ja. Also kommst du nicht hin oder hast du eine ganz kleine Stickstange. Guck mal mal die. Ich will die jetzt weiter am Laufen halten. Ich will die jetzt weiter am Laufen halten. Schau mal das Magnet, bitte. Und wir ist jetzt abgerissen oder wir kriegen die jetzt raus. Schau mal die, die wir haben. Ich will die jetzt nicht mehr raus. Ja, ich will die jetzt mal rausziehen. Ich will die jetzt mal raus. Ich will die jetzt mal rausziehen. Da ist aber noch was Kohle dran an der... Warte mal, dann nehmen wir mal, wenn die immer noch unten drin hängt, dann heben wir die ein bisschen an der Seite und gehen noch mal mit der Maschine dran. Irgendwie unten im Schaftfläche ist der... Oh, jetzt ist mir die Nuss abgeflogen. Hier, Magnet. Ja. Wow, 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 ey. Kunden viel Geld sparen und wir ein Kastenbier, das wäre natürlich für heute. Können wir dann schon Freierabend machen? Ja, dann wird er morgen gerettet. Ja, aber ich tue hier unten mal was Kleber rein. So, ich tue jetzt hier mal Kleber rein. Hier bei unserem Profilbohrkleber. Ja, mit dem Schraubenzieher unter den Kopf. Und hebt ihn mal ein bisschen hoch. Ja, da hängt sie. Ja, also ich sehe gar nichts, ne? Nee, du kannst... Aber wir sehen ja auch nichts. Guck mal, guck mal da rein. Guck mal da rein, hier von der Seite, hier. Und da hängt sie. Aber wir kriegen jetzt nicht weiter hochgehoben, weil die unten sehr wahrscheinlich mit Pilztern ist und sie hängt. Also wir haben sie schon ganz viel gelöst. Kann aber sein, dass unten was abgerissen ist. Pass auf, Jürgen, wir machen das jetzt anders. Lass mich mal, ich tue mal weg. Ich tue jetzt hier mit dem Kleber und hafte dann im Prinzip auf Zug ein bisschen, sodass die restliche Kohle auch noch abzieht. Ja! Robin! Robin, einmal bitte! Ich hätte mir nicht gewollt, ich hätte sie nicht rausgekriegt. Ah! Schaut mal an! Das misst sie. Und hier in dem Schaft, da hat sie sich festgehangen. Das ist das, wo sie sich festgebacken hat. Junge, das war jetzt aber auch. Und abreißen tun die dann immer oben am Kopf hier. Genau, wir reißen sie jetzt hier ab und wir haben jetzt hier mit dem Kleber, haben wir sie dann ein Stück weiter hochgehalten und kann man schön die Spur sehen, wie millimeterweise das rausgekommen ist. Okay. Wettschulden sind Ehrenschulden, ne? Was wolltest du jetzt haben? Reiß doch, oder? Reiß doch. Wir nehmen aber eine kleine Flasche, das reicht für uns. Ja, die 0,3, den Reißen. Okay, wir nehmen eine große Flasche. Ja, jetzt muss der Kanal natürlich sauber gemacht werden, das ist richtig. Auch das Werkzeug. Da haben wir jetzt auch noch Spezialwerkzeuge, da können wir euch mal zeigen, wie wir die Kanäle jetzt reinigen. Da haben wir Spezial-Glühkerze-Ausbaursatz, da ist er. Ne, falscher. Hier haben wir einen Satz. So. Das ist echt ein sehr schönes Werkzeug. Hier haben wir so Aufsätze für da reinzugehen. Und hier haben wir auch noch extra... Ups, hier ist nicht drin. Hallo, hallo, hallo. Hier sind meine Aufsätze, das ist für Injektoren. Ah, hier sind sie. Ne, okay. Das ist alles nur Werkzeug, einfach nur für Injektoren Glühkerzen auszubauen. Und hier haben wir dann diese Schaftbürsten, die wir dann hier mit reinsetzen. Also hier, das wird hier rein gesteckt. So, und das da rein. Und dann gehen wir da rein und machen die ganz, ganz fein sauber, hier mit verschiedenen Teilen. Und dann... Ja, dann hat der Kunde ziemlich viel Geld gespart. Wir haben leckeren Kasten Reisdorf. Da macht das Leben der Freunde. Du hast es vollgestopft bis unten hin mit dem Knetschi, ne? Ja, ist doch scheißegal. Das Ding sauber zu machen ist so viel besser, als das Ding auszubohren. Da hast du vollkommen recht. Ich meine, das hat jetzt auch lange genug gedauert, muss ich schon sagen. Aber immer noch besser als diese ganzen Riesenaktionen. Wir hätten alles abbauen müssen da oben, damit wir vernünftig bohren können. Aber so ist doch schon... Und zwei andere Werkstätten haben gesagt, ne. Und unsere Jungs haben auch gesagt, äh, Chef, eher nicht. Bitte mach du das. Kannst ja bei YouTube machen. Der eine oder andere hat aber auch wesentlich mehr Gefühl für so eine Sache. Ja, in einigen Sachen habe ich Gefühl, in anderen Sachen nicht so viel. So. Auf zum nächsten. Das habe ich jetzt auch sauber. Und das Gewinn ist jetzt nicht kaputt. Nein, nein, das Gewinn ist nicht kaputt. Das kann man hier jetzt sehen. Sonst wäre das hier... Doch, da. Doch. Doch, das ist schon ein bisschen angefressener, das Gewinde. Da sieht man... Schön, dass du nochmal nachfragst. Aber es ist dann nur das Gewinde anmerkt. Genau. Hier ist das Gewinde kaputt. Das ist aber kein Problem, weil wir hier... ein Gewindeschneidersatz haben. Gewindeschneidesatz. Damit können wir das nachschneiden, das Gewinde. Da kommen wir auch gut dran, ne. Das schneiden wir dann nach. Das ist ja Aluminium. Und da kriegen wir jetzt auf jeden Fall wieder... sauber hin. Dann ist jetzt noch einen guten halben Stündchen Arbeit, das alles sauber zu machen. Aber das wäre ja sowieso gewesen. Das war das Ding, dass das rausgekommen ist. Und das... Gigantisch. Ja, ich würde sagen... Auf Feierabend. Was ist denn mit dem Kasten Bier, ne? Weiß nicht. Wir müssen uns darum kümmern, um den Kasten Bier. Ja. Genau, wir kümmern uns jetzt um den Kasten Bier. Bevor das warm wird. Alles gut. Tschüss Alim. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Abonnieren. Klingling. Das macht Spaß bei dem Job. Das ist einfach geil. Bis dann. Tschüss.